Sie sind noch unentschieden, welches Fach Sie studieren möchten? Sie suchen Informationen über die verschiedenen Studienfächer? Die Online-Studienfachwahlassistenten der Freien Universität Berlin, kurz OSA genannt, stellen über 60 Studiengänge vor, um Sie bei Ihrer Entscheidung für das richtige Studienfach zu unterstützen. Sie interessieren sich für ein Masterstudium der Geologischen Wissenschaften an der Freien Universität Berlin und möchten gern mehr Informationen darüber erhalten? Der Online-Studienfachwahlassistent, kurz OSA genannt, des Masterstudiengangs Geologische Wissenschaften informiert Sie über dieses Masterprogramm und ein Studium an der Freien Universität Berlin. Im OSA der Geologischen Wissenschaften berichten Studierende über Ihre Erfahrungen im Studium. Gerade das Besondere an der FU ist eigentlich, dass wir sowohl an der FU ganz viel Auswahl haben, sehr viele Kurse und sehr viele Lehrenden. und wir können allerdings auch im Großraum Berlin und Potsdam Kurse wählen und da ergeben sich auch viele Möglichkeiten, da auch die Abschlussarbeit zu schreiben. Besonders gefällt mir eigentlich das gute Klima zwischen den Dozenten, den Lehrenden und den Studierenden, dass wir einen sehr engen Kontakt haben, jeder weiß, was der andere macht und einige Kurse gehören auch zu meinen Highlights, die ich erst im Master gemacht habe und natürlich auch die Geländearbeit, die bei uns immer irgendwie aktuell ist. Ich war zum Beispiel für meine Masterarbeit in Chile und für die Kartierung in Albanien, das waren bisher eigentlich meine Gelände-Highlights. Ja, an sich gab es viele Highlights im Master bisher. Die Inhalte und Anforderungen des Masterstudiengangs werden von Herrn Prof. Tim John vorgestellt. Ich denke, ein wesentliches Merkmal ist, dass wir sehr forschungsnah ausbilden. Das heißt, die Studierenden werden sehr zeitnah an aktuelle Ergebnisse der Forschung herangeführt, in Seminaren, in Vorlesungen, auch in Übungen. Und ein weiteres Merkmal ist, dass wir auch sehr hands-on in den Laboren, in den Laborpraktikern mit den Studierenden arbeiten. Das heißt, sie lernen selber Daten zu generieren und bekommen dadurch sehr schnell ein Gespür für die Qualität von wissenschaftlich generierten Daten. Und was auch sehr schön ist für den Fachbereich und auch für die Freie Universität, ist, dass wir hier das gesamte Spektrum eigentlich haben an geologischen Wissenschaften. Also wir haben die Mineralogie, Petrologie, wir haben die Geochemie, wir haben Geophysik, Paläontologie, Tektonik und Sedimentologie. Und etwas wirklich Besonderes ist auch, dass wir eben noch Planetologie haben. Das heißt, die Entwicklung der Planeten und in Zeit und Raum und auch in ihrer Dynamik kann hier auch studiert werden. Anhand eines exemplarischen Studienverlaufsplans können Sie sich mit der Studienstruktur auseinandersetzen. Sie können mehr über die Inhalte der verschiedenen Studienschwerpunkte erfahren, Informationen über mögliche Perspektiven nach dem Studium erhalten und vieles weitere mehr. Wenn Sie mehr über den Masterstudiengang Geologische Wissenschaften erfahren oder weitere Studienfächer der Freien Universität Berlin kennenlernen möchten, besuchen Sie die OSA-Plattform unter www.osa.fu-berlin.de 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 www.osa.fu-berlin.de